moin herzlich willkommen samstagnachmittag 14 uhr ja eine weitere folge hier let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map 2 1 ohne greben wir sind immer noch dabei hier vorgewände für die rüben ernte zu machen und wir ernten vollautomatisch feld 45 ab wir gucken mal was denn noch so geht auffällt 45 laufen vier drescher gleichzeitig zwei ladewagen zwei über ladewagen und noch so ein bisschen anderer schicker korn zwei abfahrer zweiser schlepper als abfahrer die das sein ganze zum hoch silo bringen und da gibt es dann auch schon gleich wieder ein seil schlepper der das ganze gerade zum zur brauerei schon wieder bringt er müsste allerdings die brauerei müsste nicht bald voll sein dass dann dann nichts mehr hin passt da kommt gleich der abfahrer das passt ja jetzt mal gut das ist ja schick tja läuft 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 so hier in der breite mache ich mir eigentlich keine sorgen aber an den schmalen also an den kurzen seiten da habe ich noch lange nicht genug vorgewendet da muss unbedingt was passieren aber was durchdrehende reifen ja ja und wir quatschen ja 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 und voller lexion steckt im verkehr fest so jetzt stellen sie stehen sich alle selber im weg um auch nicht schön ja gut der lädt jetzt ab macht das finde ich jetzt nicht so tragisch weil der abfahrer fährt jetzt weg und schon steckt der lexion nicht mehr im verkehr fest warum er jetzt hier versucht vielleicht nicht die schnellste methode hier das feld zu ernten aber irgendwann geht's waaah Und jetzt geht's. oh wer steigt hier schon wieder fest, wieder, ah das ist mal ein bisschen doof das ist mal ein bisschen, das ist mal ein bisschen und schon läuft es ja 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 das kommt davon und sagt ja das läuft ja alles vollautomatisch stimmt nämlich gar nicht läuft ja nicht vollautomatisch so hier brauchen wir mehr platz viel mehr platz mal gucken was wir hier so hinkriegen platzmäßig damit ich dann hier irgendwie vielleicht bald mal ein helfer einstellen kann und nicht immer hier und dann müssen wir nachher auf der anderen seite vom feld auch ein bisschen machen und dann wird das alles gut einen noch und dann gucke ich gleich mal ob ich dann nicht schon irgendwie ein helfer einstellen kann das nicht schon reicht naja komm dann können wir auch noch einen machen wenn wir schon mal hier sind ich will die Wände dann ja sowieso unten wieder weiter fahren mal muzyka 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 Bekta. So, komm, schön tanki-tanki machen. So, ich hoffe. Alternativer Helfer aus, ganz normaler Helfer, so, jetzt gucken wir mal, das beobachten wir mal kurz und dann sehen wir ja, denkt dran, heute Abend Livestream, 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 morgen ganz normal, zwei Folgen und morgen um 16 Uhr die erste Folge vom Match Experience gegen Friesenjung und danach immer Dienstags, Donnerstags und Samstags, das ist nur dieses Wochenende, wo es Sonntag ist, weil wir erst Samstag zum Aufnehmen kommen, wir hatten vorher keine Zeit und ja, Sonntag 16 Uhr die erste Folge und dann immer Dienstags, Donnerstags und Samstags. Auch, seht ihr auch in meinem Sendeplan auf meiner Homepage, Riesingum13.de und dann unter YouTube gibt es einen Sendeplan, da steht genau in der Kalenderübersicht, wann was gesendet wird sozusagen. So, wir warten mal eben, bis hier dann gleich mein Abfahrer wiederkommt. Ich möchte einfach nur sehen, wie der Helfer sich macht. Ja, ich kann mich schon mal bei euch verabschieden, die Zeit ist mich gleich um, ihr werdet das gleich hören. Hey, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Abos. Irgendwie, weiß ich nicht, 870, 880 Abos, irgendwie so in dem Dreh, weit über 1200 Downloads von meinem Transport Pack. Ich arbeite ja an einem Update, das dauert aber noch, das wird sie noch ein bisschen hinziehen. Also, ich mache den kurzen 3-Achs Sattelschlepper, den will ich stabiler machen, der fährt ja nicht wirklich gut. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn nicht, werde ich den wahrscheinlich rausschmeißen aus dem Paket. Und, ähm, was ich eben noch machen möchte, ich möchte einen Hakenlift LKW bauen, aber da bin ich noch ganz weit von entfernt. Das dauert noch, bis das soweit ist. Ja, und, äh, ihr habt es jetzt gehört. Trotzdem, danke für eure ganzen Abos, eure Likes, eure Kommentare. Äh, ja, ihr seid echt großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Und, äh, ja, es ist auch gar nicht mehr lang, dann habe ich ein Jahr YouTube. Das ist jetzt auch irgendwann diesen Monat noch. Müsste ich gleich nochmal im Kalender gucken. Aber, irgendwann jetzt demnächst kommt das. So, jetzt beobachten wir hier mal eben ganz kurz, wie das hier vonstatten geht. Da kommt mein einer Abfahrer. Sehr schön. So, und er fährt weiter. Und jetzt will ich nur mal eben noch sehen, da könnt ihr noch mit zugucken, was er denn jetzt wendetechnisch macht. Diese werden schon wieder abladen. Was ist das denn für ein Quatsch? Aha. Höchst interessant. So, und warum fährst du nicht weiter? Oh Gott, jetzt kommt hier eine Meldung nach der anderen. Katz- 스rocco und Person ist sehr geil. Hallo. ja helfer f hat die arbeit nicht erfolgreich beendet voll honk helfer f hat ein scheiß dreck entschuldigung wenn ich das so sage aber los los drescheln naja egal leute ich muss jetzt hier erstmal gucken was hier alles abgeht der hier ist wieder gegen irgendwo gegen gefahren fahren lassen ja ich weiß da steht einer ich kann es gerade nicht ändern und den machen auch noch mal frei gut so das war es jetzt aber endgültig heute am live stream schaut rein oder morgen ganz normal die let's place und ja match und trallala hast du nicht gesehen okay ich bedanke mich bei euch und sagtschau